Ach, jetzt haben die schon wieder die Attacke. Ich sollte natürlich nicht jetzt wieder, wieder auftauchen, ne? Gaugenau, Slap. Scheiße. Okay, gut. Wir sollten keine automatischen Attacke machen. Alles klar. Der arme Kerl, kommt er an, kriegt er aufs Maul. Vielleicht kommt er ja trotzdem noch mit. Der wollte dieses Perk-Lol-Fleisch, ne? Gaugenau. Gut. Gut, Angriff, Angriff. Angriff. Jo, der Magitek-Laser, der kann jetzt auch nichts mehr. Slap. Okay, jetzt aber. Gau. So, Items. Haben wir davon überhaupt noch was? Pökelfleisch, da. Gau, nimm es. Gaugau, ich Gau. Wissen wir doch. Euer Freund sein. Freund. Wieder zusammen wandern. Gut. Überzeugt, ja? Ah. So, Gau genau. Dann gehen wir mal da rein. Beziehungsweise braucht Gau jetzt erstmal entsprechende Ausrüstung. Hat der denn überhaupt die Möglichkeit? Hammes-Stiefel, jawohl. Hammes-Stiefel, jawohl. Okay, gut. Dann passt es ja. Und das Ei hat jetzt natürlich... Ja, da, Anna. Okay. Dann... Hyperreif. Passt. Und dann Fertigkeiten. Kann Gau eigentlich auch mal... Hat der eigentlich schon irgendwas gelernt? Nee. Ja, das nehmen wir im Mock mal ab. 1, 2, 3, 4, 5. Hm. Okay, gucken wir mal. Überlegen, was muss ja hier sein. Mit Gau. Hoffe ich doch. Ja. Hey, Grundi. What? Willst du mir sagen, dass es dir folgen soll? Okay, can do. Gau genau. Uff. Okay. Na dann. Ah, hey. Look at them. Zornringe halten. Auch gut. Als wir neulich zu dritt auf Jagd ins Bestienfeld vorstießen, trafen wir auf einen Wolfsähnlichen Jungen. Ja, ja. Keine Ahnung warum. Aber wenn man zu viert aufkreuzt, lässt der Kleine sich nie blicken. Ah, ja. Werft Pökelfleisch drauf. Unnötig. Okay. Gegenwert Levitas gelernt. Jawohl. Fertigkeiten. Zack. So, der hat die hier schon mal. Dann kommt als nächstes Shiva. In einem Wald nördlich des Bestienfeldes lebt ein gigantischer Saurier. Seine Kraft ist nicht von dieser Welt. Ein Mensch besiegt den nie. Sollte den je jemanden niederstrecken, hat er jedenfalls gut was zum Angeben. Ja. Damit die anderen sich diesen Jungen... Damit die anderen sich mit diesem Jungen anfreunden können, muss ich immer hier bleiben. Echt unfair. Ja. Ja, weil sonst nur zu dritt und so. Okay. Präventivschlag. Normale Attacken. Slap. Und dead. Zellers hat Versteinerung gelernt. Ähm. Okay. Äh. Ah, ah. Da ist eine Abgrenzung. Die war fast gar nicht zu sehen. Luzi schloll. Slap. Slap, slap, dead. In der Truhe steckt ein Monster. Nicht, dass ich mir nicht hätte denken können. Oh wow. Du folgst Träger. Ähm. Angriff. Angriff. Anal. Oder Anal. Okay. Schön war das jetzt nicht. Aber was soll's. Items. So, wir bräuchten auch mal langsam wieder Phönix Federn. Bullshit. Fertigkeiten. Edgar. Okay. Gut. Noch was. Ja, hier geht's noch ohne rum weiter. Sprich da. Duptidu. Bestienfeld. Untergeschoss. Mhm. Na ja. Und es geht weiter nach unten. Super. Ach, nicht Analyse. Oh no. Wie unnötig. Ha. Schwäche Wind. Schwäche Feuer. Awesome. Nächste Runde erst mal manuell abgehe. Gut. Äh. Blip. Da kommen wir nicht hin. Aber hier können wir durch. Okay. Und dann. Die Scheinman ist wirklich gefährlich. Die Boobs. Okay. Aber bevor wir da weitergehen, holen wir uns natürlich die Kiste hier. Ichigeki erhalten. Ichigeki erhalten. War das nicht irgendwie was. Was mit Shadow zu tun hatte? Müssen wir mal gucken. Kolosseum. Irgendwas war da. Boom, boom. Das hat Gau eigentlich für ein Level. Da habe ich jetzt gerade mal gar nicht drauf geachtet. Hm. 35. Okay. Und Edgar hat das hier gelernt. Dann Esper. Nächste. Kate Sith. Yo. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. So. Äh. Hier gibt es zwei Wege. Ähm. Von dem her. Aha. Guck mal. Da ist doch Shadow. Okay. Gut. Wege hat es gelernt. Alles klar. Fertigkeiten. Edgar ist damit auch durch. Ein Horn ist next. Wow. Wie es vorwärts geht. Technisch. Okay. Das ist eine Ebene oben drüber. Ah. Smells like Boss oder so. Werden wir sehen. Juice. Seven hat Eisra gelern. Ist auch fertig. Nein. Schade. Ah ja. Der Interceptor. Eine schreckliche Wunde. Oh no. Wer bist du denn? König Behemoth. Okay. Magieanalyse. Gucken wir mal. Stufe 43. 17.000. Schwäche Gift. Schwäche Feuer. Alles klar. Magiefeurer. Und ab. Bebeam. Kredit. Der wehrt sich ja überhaupt nicht. Was war das denn? Etwas nähert sich von hinten. Ein weiteres Monster taucht auf. Okay. Viagra. Der hat keine Analyse, oder? Ach. Cool. Stufe 49. Was haben wir hier? Schwäche Heiliges. Und Feuer. Alles klar. Feurer. Peng. Tod ist natürlich schon wieder mies. Peng. Bleibt nur zu hoffen. Jawohl. Jetzt reicht's. Nice. Ein Behemoth-Kostüm. Okay. Hier ist eine Behandlung unmöglich. Nach Tamasa. Mit dem Luftschiff. Okay. 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 Gut. Dann haben wir Shadow wohl auch wieder gefunden. Und Gau. Äh. Wenn Shadow das überlebt. Vorausgesetzt natürlich. Herde Hund. Tschüss. Ein Albtraum. Oh, so sieht er unter der Maske aus, hä? Ruff. Du willst mich am Gehen hindern? Doch es gibt kein Zurück für mich. Lebe du hier mit meiner Tochter. Ihr sollt euren Frieden haben. Der Interceptor. Das Süße. Kriegen wir jetzt hier Hintergrundwissen. Das wär super. Wir können nicht mehr tun, als zu warten, bis die Wunde verheilt ist. Tamasa. Wie geht es dir? Keine Sorge. Das ist nur ein Kratzer. Außerdem passt er ja auf mich auf. Also er. Ja, auf mich auf. Ah. Der Interceptor. Süß. So. Tamasa. Waren wir da eigentlich schon mal am Start? Jetzt. Seit neuerem. Bin mir nicht sicher. Möglich. Ja, doch, klar. Ja, doch, klar. Als ich nach dem Zusammenbruch der Welt aufwachte, befand ich mich auf einmal in Burgdoma. Ja, ja. Was? Was? Er wurde heimgesucht. Er wird von Dämonen in seinen Träumen heimgesucht. Okay. Das ist ja nichts Neues. Wir brauchen auf jeden Fall Phönixfedern ohne Ende. Sollten jetzt auch wieder ein bisschen was an Kohle haben. Minimal. Ähm. Phönixfedern. Auf jeden. 48.000. Klar. Geht voll klar. Weihwasser war auch ein Thema. Gut, das Allheilmittel ist mir dann tatsächlich zu teuer. Das Schlafsäck haben wir kaum benutzt. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Gut. Sieht also so aus, als müssten wir später wieder hierhin zurückkehren. So, jetzt sind wir da unten. Dann haben wir da oben drüber natürlich noch irgendwie was. Aber nobody knows what it is. Hm. Allzu viel kann es ja gar nicht mehr sein, ne? Wir haben Gau. Okay. Wir haben Shadow noch nicht ganz. Wir könnten jetzt aber einfach mal. Da wir jetzt Ichigeki oder wie das Ding heißt haben. Okay. Das ist die falsche Richtung. Da lang. Zum Kolosseum fliegen. Das ist hier, ne? Ui. Ja. Okay. Dann mal schauen. Ob das hier klappt mit Ichigeki. Äh. Ja. Ich will einen Kampf. Und dann Ichigeki. Ja. Ah. Shadow versus Celeste. Edgar. Der Kampf läuft automatisch, korrekt? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hätte was wählen können. Ja. Der macht alles automatisch. Okay. Siegt. Noch nicht ganz. Aber gleich. Sub Spirit. Mioink. Komm, greif mal ordentlich an, hä? Nice. Ichigeki zurückbekommen. Cool. Was machst du denn hier? Allein der blutige Weg des Kampfes ist mir geblieben. Wer ist der andere dann? Warum kommst du nicht mit uns? Also, wir schauen jetzt nur, oi. Untertitelung des ZDF, 2020